Hallo zusammen. Alles was Sie hören werden, ist eine scherzhafte Parodie auf die neuesten Nachrichten, aus dem Mund von Politikern, die Zufälle mit der Realität sind zufällig. Ich, der US-Präsident, bin der verschlafene Joe Biden. Ich erkläre, dass ich bereit bin, mich mit dem hellsten Wladimir Wladimirovich Putin an den Verhandlungstisch zu setzen, wenn er Interesse an der Fertigstellung der Situation in der 400-Wirtüsten am Rande der russischen Länder zeigt. Herr Putin, hier muss ich die Worte sehr sorgfältig auswählen. Ich bin bereit, mit Herrn Putin zu sprechen, wenn er wirklich Interesse daran hat, den Krieg zu beenden. Das habe ich während einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der französischen Präsidentin Emma Macron gemerkt. Es ist unmöglich, mir besonders zu glauben, da ich mehr als einmal bewiesen habe, dass meine Worte nicht mit der Sache übereinstimmen. Also kam Emma Macron an, um mir zu erklären, dass die schwule Europa aus allen Nähten platzt, und angeblich locken wir Amerikaner ein großes Geschäft von der schwulen Europa hierher nach Amerika. Ein naiver Junge. Zuvor hatte der Sprecher des großen Präsidenten Russlands, Dmitri Pesko, erklärt, dass der vor Ort den politischen Willen zeigen müsse, um Friedensverhandlungen zu beginnen. Es muss der politische Wille sein, die Bereitschaft, die Forderungen Russlands zu diskutieren, die bekannt sind. Freunde, der Kanal braucht deine Aufmerksamkeit, finanzielle Unterstützung wird uns sehr helfen. Details in der Beschreibung. Setzen Sie Leakes, und abonnieren Sie den Kanal. Tschüss für alle.